Was? Nico fällt grad was ich gegen ihn habe, dann hab ich geschrieben, alle haben was gegen dich. Ganz einfacher Fakt. Moment, wer, wer gerade? Nico? Wer, wer? Wo ging's grad? Hallo? Luca? Was? Wem hast du grad was geschrieben, was? Nico. Achso, Nico, okay. Der fragt mich gerade, was habt ihr gegen mich? Äh, was hast du gegen mich? Schreib ich so, alle haben was gegen dich. Und warum? Weil du du bist? Das ist ein richtiger Grund. Wir können deine Person nicht ab. Fertig. Ey, jetzt sag ich schon die Wahrheiten, er will's nicht wahrhaben. Was ist das für einer? Deine Person. Er rafft es nicht, das ist seine Person, das ist nicht seine Stimme, er denkt jetzt seine Stimme ist es. Nein. Ja, Leute, so weit ist sie gekommen. Der hat's auch übrigens in meinem Twitch-Chat ein Bender. Der schreit auch. Zum zumal. Der, 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 der mault immer wegen so'n Scheiß rum, wo keiner was dafür kann, labert oder irgendein Schritt hin, und du denkst dir nur so, Junge, was laberst du in CSGO eigentlich für'n Scheiß? Und dann lass dich mal für'n Überklau. Er sagt auch manchmal Ausdrücke, das ist für Scheiße. Ach, Mann, ich bin in die nächste Höhle angekommen. Wenn ich Level 30 hab, verzauber ich, glaub ich, bei'n Tier-Schwert auf Level 30. Nee, geht ja gar nicht, Bücherregale. Ach, fuck, verdammt. Ach, die Bücherregale, fuck. Er glaubt echt, dass es an Ragen liegt. Der Typ ist so dumm. Wenn du's nicht raffen willst, soll das nicht raffen, ist mir egal. Das ist nicht der Typ. Ich hab's dem jetzt gesagt, wenn du's nicht raffen will, ist's nicht mal wohl nett. Hey, wie schnell ich einfach alles kille hier. Das waren einfach Two-Hits alles. Ja, natürlich, du bist ja auch völlig OP. Okay. Diese Farm dauert ja eh nicht mehr lang, bis ich die XP zusammen hab. Wär natürlich auch wieder geil, wenn ich wieder so, äh, von der Jungle Season, weißt du noch wohl, wo ich dich verarscht hab, wo wir im Temple gefeilt haben, wo ich gesagt hab, ich will wohl dir aushängen lassen. Wär schon irgendwie nach, ist nichts gerade so zu verarschen. Ja, aber ist nicht. Oder? Ist aber nicht. Glaubst du echt nicht? Ich glaub schon. Ja, wow. Das, das, als ob ich dir jetzt abkaufe, nachdem du das jetzt gesagt hast. Okay, werden wir nachher sehen, okay? Werden wir nachher, ich sag, kann dir nachher sagen, ist's doch gesagt. Ja, ein bisschen leveln kann jeder finden. Okay. Außerdem, momentan, bringt jetzt eh nichts zu sagen, wer ist OP, obwohl du es nicht bist. Weil, ob du OP bist oder nicht, ich fahre, bis ich einen Zaubertisch hab. Okay, Ryan, also heißt es, du musst dich jetzt suchen gehen und dann daran sterben und gut ist. Ja, auf jeden Fall stüpfel ran, ja. Boah, nice. Level steigen. Ach man. Ein Enderman. Du trafst mir jetzt aber eine. Ja, danke. Ich hab auch einen. Boah, Alter, ich wär fast in die Schucht reingefallen, ey. Mit dem Pferd, ey. Noch mit dem Pferd, das wär scheiße gewesen. Wenn das dann wieder rauszukriegen, ist schwer. Also Waffen. Da ist nur Eisen, Kohle, kein Gold, alles klar, weg. Da ist nochmal ein Enderman, geil. Drop in, nix, drop in, nix. Ja, droppt auch nix, gar. Da geht's eh auch um die XP gerade, die droppen ganz gut XP. Darum geht's mir gerade eigentlich. Und jedem, was ich mache, geht's mir eigentlich um XP nur. Lass ich sagen. Irgendwie stehen die 19 Level noch bekommen. Ich will. Jetzt Rüstung hoch. Ach man, ich find echt, seitdem ich vorhin diese ganzen Jemanden gefunden hab, find ich gar keine mehr. Ja. Der Ofen. Ich weiß nicht, wo ich meinen Ofen habe. Scheiße. Irgendwo steht es im Ofen. Ja, dann hast du Bock zu fighten, ne? Ich möchte eigentlich eher... Ja, selbst wenn wir fighten, ganz im Ernst, was bringt das? Und die beiden fighten sind wir nur lower von live her und da kommt Luca und wird tot. Ja komm, du gegen Luca, dann tue ich noch abstauben. Ja. Dann tue ich Luca abstauben. Woher ich dir langsam mal einen Sieg gönnen würde. So ist ja nicht. Aber ich sehe nicht, als würde ich nicht auch gewinnen wollen. Ich dachte, ich muss das selbst rein gehen. Ja. Kann das sein, umso mehr XP man hat, umso seltener Pop braucht du mehr XP? Nee. Also kommt es mir gerade vor. Du kriegst es einfach nur weniger, viel weniger. Hol dir doch allgemein nicht so oft XP. Also, das hängt nicht davon ab, wer es abbaut. So, eigentlich hab ich vorhin voll oft bekommen. Jetzt bekomme ich ja gerade vielleicht mal einen aus 10 oder so. Komm dir nur so vor, weil du so extrem wenig kriegst. Nee, ist echt so. Oder welches Level hast du denn gerade? 12. Achso, okay, dann. Ich weiß, das dachte ich mir halt auch so, das ist jetzt noch nicht so mega hoch. Mein Problem ist, ich bin gerade Level 27. Ich lebe so gut wie gar nicht mehr. Und das wäre so geil, wenn ich jetzt Zaubertisch mit einem Charment-Termit hatte. Ey, weißt du, keine Ahnung, Verbrennung, Zweischwert oder sowas. Damit, mit so Schärfe, so Schärfe 3 und Verbrennung oder sowas, damit hätte ich vielleicht noch eine Chance gegen dich. Wenn ich Verbrennung drauf hätte. Ist jetzt euer Ernst? Habe ich gerade wirklich einen einzigen Diamanten gefunden? Einen einzelnen? Ich brauche zwei! Weißt du, ich sag die ganze Zeit, ich brauche zwei Diamanten und jetzt finde ich die ganze Zeit einzeln, ne? Also ein einzeln. Ist doch nicht wahr. Nice, Minecraft, ich liebe dich jetzt ab sofort. Ist doch nicht. Du bist so sozial zu Julian. Never! Ich bin wirklich gerade, ich denke mir gerade so, boh, geil, ist jetzt endlich ein Zaubertisch mal. Ich habe jetzt über, finde ich eine einzelne Diamanten. Ich habe jetzt drei, sechs plus ein Eisen. Ja, ist mein Ernst. Und ein bisschen viel Gold, aber naja. Eine Äpfel. Die muss ich gleich noch holen. Oh, coole. Nice. Wieder leveln. Ach, schon wieder die nächste, die nächste Eisenspitze machen, ist ja voll anstrengend. Einen Diamanten mehr. Ach, Mann. Das ist doch ein reifer Fight, Julian. Ne, ne. Fuck. Einen Diamanten mehr und ich hätte mir noch Schuhe machen können. Gleich müssen wir doch auch wieder, gleich wir doch können anpassen, oder? Hey, Julian, hat's geschafft. Ja, ich hätte mir aber noch Schuhe machen können, hätte ich einen Diamanten mehr gehabt. Ach so, wir hatten schon längst die Diamanten. Nein, nein, habe ich gerade eben erst gefunden. Ich habe einen Diamanten gefunden und dann habe ich direkt danach nochmal drei gefunden. Und trotzdem ist das scheiße. Ich habe gerade die Gold-Eisenader des Lebens. Ich glaube, ich habe schon acht oder neun abgebaut und es ist immer noch da. Verdammt, ich muss jetzt schon ver- 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 chanten. Muss ich jetzt. Na, schade, ey. Ist ja witzig gewesen. Muss ich noch die Kohle rausholen gleich. Gut. Ich finde, okay, 25 Schuss. Äh, 25 Schüsse habe ich. Ich muss schon weg. Ist gleich. Ist ja nicht fies. Wir müssen gleich posten, gell? Nein, nein. Ist in Ordnung, wenn wir nicht posten. Doch. Ja, müssen wir. Erst in, erst in, erst in, erst in. Okay, wow. Genau, jetzt hast du recht. Ups. Ähm. Ja, du. Ich muss bei dir theoretisch immer um 31 bossen. Dann wäre es kurz um 31. Dann dachte ich, du kannst auch bossen gleich. Okay. Ähm. Ein paar Sekunden gebe ich mir jetzt nicht mehr dann. So, jetzt machen wir erstmal Platz im Inventar. Wir drin tun ein paar Eisenblöcke herrscht. 14 Eisenblöcke. Äh. 23 Eisenblöcke. Was? Ich habe nur gefragt, ist das okay? Jo, das ist mein Paradies! Damit dürfte ich jetzt endlich genug haben. Nice Immerhin so viele Level, dass ich jetzt fast Instant Chef 4 machen kann Oder zumindest von den Schwertern her So Jetzt dropp ich ja gut, Alex fehlt Fuck Ok, jetzt brauche ich noch ein paar Level Die weg, so Jetzt kann ich nochmal das hier alles abbauen, weil ich hier übrig gelassen habe Eben extra Jetzt geht es erstmal für Zaubern ab So So Ah Oh, nicht so viel So, nochmal 5 Level Ok, jetzt bin ich wieder Jetzt bin ich wieder bald nah dran an Luca Jetzt hab ich wieder ne Chance Langsam Noch nicht Aber bald Bist du echt schon bei Chef 5? Das hab ich mal auch hart erarbeitet Die XP Naja Ich weiß Chef 5 ist echt krass Also von Level und sowas her Muss man schon sagen, Respekt Also Chef 5 ist echt Echt nice Das ist obwohl du die Season Series genommen hast Fox hat ja glaube ich einmal das Ziel Chef 5 zu machen Aber Er hat da Nicht richtig Series gespielt Er hat noch nicht richtig Rüstung gehabt Weil der weiß halt nur sein Ziel ist hier für 5 zu haben Also der Unterschied zwischen Schärfe 4 und 5 kann man ausgleichen mit Skill Das ist kein Problem Ich habe 4 habe ich gleich Ich muss relativ bald Bin ich hier sofort Mir fällt grad voll was auf Nein Lois Shit Lass deine Ruhe Da kann jetzt halt er da Hat dich essen geholt Alter Oh ich bin immer noch nicht tot Nein Zehn Level Der ist immer noch an farm Mittlerweile hab ich jetzt Jemanden hab ich ja schon gesagt Ich hab jetzt fast ein Schärfe 4 Schwert Krass und noch zähle nur sagen wir beide zuerst nicht und das auch ich bin mir nicht ich wollte zu schauen die Tür zu schauen ein lieb zu werden hier hat es mich jetzt bis schon anhanden das war jetzt das erste was ich wollte so dann das kurz mal was ich jetzt noch braucht ja sogar jetzt wirklich vorerst mich zu handen jetzt früher machen sollen mittlerweile bin ich jetzt fast vom schwert auf dem level von dir ich weiß nicht was du für rüstung hast aber mein problem benötigte Pferde und dann hat er ein Pferd deswegen Oberfläche verhalten hat er einen Vorteil ja Level mal gegen dir ist aber jetzt auch nichts aber trotzdem sehr bisschen da ist bei Chefe 5 schaffe ich auf keinen Fall das ist viel zu viel aber Chefe 4 war jetzt irgendwie recht easy das ist auch easy hab ich auch schnell gehabt Chefe 4 hatte ich übel schnell war aber auch noch 130 oder 45 Minuten glaube ich sogar wie viel kostet denn eigentlich ähm voll also 2-4 schalte zusammtun wie viel kostet das weißt du noch ja 19 Level 19 Level okay das ist echt krass 19 Level ist nicht wenig dann gedauert bei mir wobei es schon schaffbar ist da farmst du echt ne Weile glaub mir ja das 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 ist auch so viel zu tief ich fühl mich zu tief ich fühl mich zu tief gib mir hier schaffe 4 noch ein paar Level genau genommen einen halben die die ich und ich 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 und ich minuten kommen nach zweimal kommt dann alle fünf ich brauche nur danke dankeschön ich habe vor fünf zu machen doch scheißegal dass ich das schwert benutze kannst du immer fürs gleich entscheiden wenn du einfach das schwert in die hinderung dass du angefangen hast du schon bewusst deswegen trotzdem ab und zu mir kostet nicht ich vollidiot was hat er gemacht ich habe diamanten in lava ich habe nicht sicher scheiße ich bin helmstadt schuhe machen können weiß ob ich keinen unterschied macht trotzdem nervig da war es doch nicht haltbarkeit auf meinen schuhen das war echt nicht klug ist halt nicht klug was mache ich hier was halt raus ich habe ich gerade fast selbst gedacht trotzdem nicht um schaden kann es nicht krass tag hat ist der pro mein kopf der hat macht nicht gerade so ich gehe gleich offline ist die koordinaten so